Das könnte auch ein Setzüberfehler sein. Könnte ja. Nice shot. Ich glaube, wir müssen noch eine gewisse Anzahl von Gegner zernichten. Ich glaube, das ist unsere leichteste Übung. Wenn es nicht die ganze Zeit nur die Drecksgläse wären. Sieht aus, als müsstest du die Tafel finden und die Gegend absichern, damit die Türen sich öffnen. Die Tafel haben wir, also Gegend absichern. Oder weißt du das? Lies die Hinweise. Hinweise. Wenn du rechtsklick drückst, kommen Hinweise. Jetzt geht's auf. Noch ist offen. Äh, Andy, halt links, rechts, hat's noch was. Ja, zu spät. Der Rote Rüstung. Oh, der sieht wieder nach Gemetzel aus. Oh, der sieht wieder nach Gemetzel aus. Holen, hallo. Holen, hallo. Bei Kühen, hallo, Süßen. Wie geht's euch denn heute? Mit dem Messer kannst du dir die Flügel abschneiden, gell? Ja, und dann, was hast du denn an? Da rennt sie ja auf dem Boden rum. Äh, hier ist ne Tür. Da ist ne Tür. Hier ist zu. Ja, und hier liegt ne Tafel. Wo ist sie? Wo ist sie bestimmt? Dann geht die Tür auf, ja, ne? Sucht der Weisheit. Beziehungsweise, dann kommen bestimmt noch ne Amops. Ah, nee, doch nicht. Hier ist sie. Ah, nee, doch. Hier ist sie. Ah, nee. wir sind schon wieder rennstiefel muss halt auch nur richtig einsetzen von der front und so, ne? ne la la aber jetzt hier hat schon einer das artefakt geholt? jawoll das bist du science fiction fan 500 von 1000 wir müssen zum duplo duplo stopp duplo stopp duplo wir sind da die kavallerie ist da du scheiß korpion hier ist offen da der große platz wird jetzt können wir genau drüben in das Loch er kriecht es nachts durch Kraut und Rüben es ist dein Ossi, er will nach drüben er reicht den Zaun mit mir und Not Strom war drauf nun ist er tot nun ist er tot wo kam dat? von da drüben kam ihr her ja feinnt sich nicht krass kaputt machen freiwillige vor freiwillige vor freiwillige vor das ist keine Spinne das ist eine Fliege ja whatever hallo Herr Jungscheiser hast du auch die Gegner beschreibung gelesen? ne das fällt mir optisch auf ihr kriegt nachher übrigens Kinder also aufpassen wieso schießt das Mistvieh nur auf mich? ziemlich gut die schießt auch auf mich letztes Mal hat sie Simon ja eine Exo-Tech-Larfe hat den Ganni zu Muus verarbeitet ich steh unter der Exo-Tech-Larfe mit der Kettensäge und sie erwischt mich nicht dann machen wir doch mit stirbt schon wenn ich töte ich lass von unten mit der Minigun rein ich komm Raketen doch auf dem ja Leute die bleiben die ganze Zeit stehen ja weil wir drunter stehen ja und die Mopsie hier die kommen auch für uns finde ich schön ja ich bin gleich down bin down toll ich bin direkt unter ihr gespawnt wuuhu wuuhu das war´s wuuhu entwas geschafft so sagen wir verabschieden für diese kleine session und wünschen einen schönen abend guten morgen oder mahlzeit und noch nach so dass es zum d